hallo ihr lieben freude und damit herzlich willkommen zurück zu mr shifty dem top down action spiel aus dem hause tiny build games ja letztes kapitel hat mir abgeschlossen wir sind immer noch in der gleichen aufnahmesession und damit beginnen wir ein neues kapitel und laden ist einfach mal so kommen und arbeiten sie für mich herr die welt ist voller dinge die ich stehlen oder schlagen möchte sie müssen es nur sagen und ich erspare ihnen einen schrecklichen brutalen tod ja mr shifty sagt sich genau das was ihr euch alle gerade gedacht habt so soll es sein und auf geht's kapitel 6 verrat okay gut ich dachte ich kann es kaputt hauen offensichtlich aber nicht alles klar nein das war jetzt doch etwas okay gut das war einfach das war ja noch einfacher hallo nein der plan ist gut umsetzung war jetzt doch etwas schwieriger nein 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 da sind welche sind welche rausgekommen verdammt aber auch vielleicht kümmer die oder magik können vielleicht hier nein ich habe gehofft dass ich warte mal das versuchen wir doch mal nein nein okay gut dann ist der plan doch ja er ist okay aber nein nein ach Mist das hat mich die dinge doch mal getroffen ah nein ach ich dachte wieso komme ich denn da nicht durch die wand durch ey na warte wir versuchen das nochmal ich lasse sie einfach alle selbst killen nein ach nein das war der letzte ach das war der letzte der hat uns noch gekriegt verdammt aber auch hallo oh shoot perfekt hat ja jetzt nur dreimal oder viermal gedauert bis wir das hinbekommen haben nein ach okay nein hallo nein oh nein ich hätte zuerst den anderen erledigen müssen verdammt aber auch verdammt aber auch verdammt aber auch verdammt aber auch komm 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 na so oh 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 nein was das ist doch so ne verdammt aber auch verdammt 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 Oh, nein, 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 nein. Oh, das gibt's doch nicht. Das gibt's nicht. Jetzt haben wir das so gut rausgehabt, ja? Ach ja. Oh, oh. Okay, nächste. Nein, da ist ja noch einer. Nein, aber ich dachte, der wäre tot. Nein, jetzt fangen wir das nochmal an. Ach, verdammt aber auch. Ach, naja. So, jetzt aber. So, da kommt der nächste. Äh, mal gucken. Nein, oh, das gibt's doch gar nicht. Wir kämpfen uns immer ein Stückchen weiter vorwärts. Immer ein Stückchen? So ein kleines Stückchen. Oh, oh. Was ist denn jetzt? Also, jetzt hat's nicht geklappt, diesmal. Naja, wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit, ne? Nein. Wir dürfen einfach keine... Oh, gut, dass die halt etwas dumm sind. Oh, das gibt's doch nicht. Wieso kann denn plötzlich... Wieso trifft denn plötzlich die Gatling gar nicht? Oh, nein. Das war jetzt blöd von mir. Ich hab jetzt zu oft geswitcht. Wrecktall, Wrecktall des Todes of Doom, Level 9000. Sogar Level Over 9000. Nein. Oh. Wieso hat denn der jetzt plötzlich den, äh, den Dings angegriffen? Den, den Fetti. Ich will das nicht mehr. Ich... Der, äh, die Zeit... Der Zeitpunktmodus, der bringt uns jetzt auch nicht wirklich weiter. Ach ja. Ach, meine Güte. Was für ein Theater. Jetzt haben wir es diesmal schon mal ein bisschen weiter... Oh, nein. Ach, meine Güte. Und geht's. Und jetzt. Und jetzt geht wieder los. Also, für die Leute, die sich jetzt gerade ein bisschen langweilen, einfach vorstimmeln. Irgendwann hab ich's bestimmt geschafft. Oh, es ist ja. Dann geht's. Oh, ich hab's. Oh, ich hab's. Oh, ich hab's. Die Schwierigkeit dabei ist natürlich, dass wir nach einem Schuss tot sind. Also One-Hit-Kill. Ein One-Hit-Wonder sozusagen. Nein, oh nein, nein. Nein, 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 nein. Ich könnte jetzt in meinen Controller beißen. Nur gut, dass ich keine Webcam anhabe. So eine verdammte Kacke. Nein, was war denn das jetzt? Jetzt hänge ich plötzlich irgendwie an der Wand fest. Wie gesagt, einfach vorspielen, ne? Nein. Oh, Mann. Vielleicht schneide ich es auch einfach, damit wir meine... meinen Fail nicht sehen. Ach ja. Ich würde mir ja gerne einfach so eine Waffe hier krallen. Aber das geht natürlich leider nicht. Oh. Oh. Oh, ich braune. Ei, 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 ei. Hm. Oh. Oh. Wir haben es geschafft. Hat ja nur zwölf Minuten gedauert, dieser Abschnitt. Verdammt aber auch. Da komme ich bestimmt nicht rüber. Das fängt ja schon mal gut an Was war denn das jetzt, warum ging es denn da plötzlich nicht weiter, ey? Oh, verdammt aber auch Ist die jetzt fertig? Die Kanone hat die, äh Okay, gut, der hat alles zerstört Sehr gut, dann hätten wir das gleich so machen können Ach ja Jetzt geht es hier weiter Boah So, Mr. Stone meldet sich wieder zu Wort Ich habe ihre Schwäche gefunden, Mr. Shift, die drei Mist, jetzt habe ich gerade, äh, viel mit der Karte Stimme weg Woher erkennt er jetzt plötzlich meinen Namen? Eben nennt er mich noch beim, äh, Mr. Deep Hä? Nein, äh Das war jetzt was Oh Das war eine, äh Nein Vielleicht müssen die, müssen die Fässer explodieren Vielleicht müssen die Fässer explodieren Oh, Mist Äh, ja Hm, okay Nein Oh, nein Da hätte ich jetzt, äh Verdammt aber auch Vielleicht kann ich die Die, äh Kisten hier hinschieben Oh, das gibt's doch nicht Äh, verdammte Axt Verdammte Axt Ich kann mich da nicht durchschrocken, ne Ich kann mich da nicht durchschrocken, ne Äh, ja Vielleicht muss ich ja doch diese Wand hier zerstören Das heißt, äh, wenn ich die Kisten Alle so ein bisschen verteile Dass die, äh, Kisten, sag ich die ganze Zeit Kisten sind Die sind doch einfach nur blöde Tonnen Dumm, 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 dumm Schieben wir mal ein paar Tonnen rum Ah, ist ja witzig, dass sie auch umfallen können Naja, so richtig umfallen Richtig umfallen ist hier nichts Ach, wir müssen die Wand sprengen Tja, gute Frage Ich weiß jetzt gar nicht, ob mir das, äh, ob wir Ob das jetzt der richtige Weg dafür ist Ob wir das hier so richtig machen Aber ich glaube mal Wir werden hier anfangen Na toll Das war jetzt aber nix Die Tonne Die Tonne Ich hoffe der Explosionsradius reicht aus Um, äh Um quasi eine Kettenreaktion auszulösen Versteht er? Versteht er? Versteht er, wie ich das meine? Ich hoffe, er versteht, wie ich das meine Könnte vielleicht noch eine Tonne hier so hin Warte mal Oh ne, also wie gesagt Wenn euch das zu langweilig wird Sprült einfach vor Bis ich, äh, das Level geschafft habe hier Ich habe nämlich keine Ahnung Ob das genau das ist, was ich, äh Ich glaube Ich glaube, der Explosionsradius ist dann doch ein bisschen zu Zu groß, ne? So Die noch da hin Und die noch hier hin Vielleicht hier noch ein bisschen so machen Die an die Wand ran Ja, die auch mal an die Wand ran Hier so Bisschen verdichten, ne? Bauplatz muss verdichtet sein Das ist eine tolle Spielerei Unsere Folgen werden von Mal zu Mal, äh, länger Wir sind nämlich jetzt schon wieder bei 20 Minuten Hallo? Das hat geklappt Das hat geklappt Ach, meine Güte So, in der Nähe der Aufzüge des Stones, äh, persönlichen Quartier Äh, statten wir ihnen einen Besuch ab Nicht sterben Nein, 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 nein Oh, das hat aber jetzt lange gedauert, bis der aufgeladen ist Aber zumindest weiß ich in welche Richtung Nein, da wollen wir noch Pumpgun, äh, schützen Okay, gut, 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 gut Nein, 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 oh Ach, ja, wenn man sich nicht, äh, wenn man sich nicht, äh, hoppen kann, ne? Oh, das gibt's nicht Gut, ich würde sagen, ich schneide die Folge Und, äh, wir sehen uns dann einfach in, äh, der nächsten Folge 20 Minuten ist dann doch ein bisschen, ein bisschen zu lang, würde ich sagen Äh, für das bisschen, was wir hier schaffen Und von daher, macht's gut erstmal bis dahin Und, äh, bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss